Hallo meine lieben Deutschlerner, ich bin Simon, dein Aussprache-Coach. Heute habe ich fünf klassische Aussprachefehler meiner Schüler. Los geht's! Hallo lieber Deutschlerner, als Deutschlehrer mit sehr viel Erfahrung höre ich diese Aussprachefehler immer wieder. Und es ist so wichtig, dass du diese Fehler nicht machst. Die Aussprache ist extrem wichtig, nicht zu unterschätzen. Deswegen haben mein Bruder Matthias von Learn German for Life und ich auch einen Aussprache-Kurs erstellt, in dem du alle deutschen Phoneme perfekt aussprechen lernst. Schau in den Link in meinem Profil. Also heute wollte ich dir fünf typische klassische Aussprachefehler geben. Wörter, die meine Schüler immer wieder falsch aussprechen. Und der erste Fehler ist, dass meine Schüler oft das Wort Monate falsch aussprechen. Sie betonen es oft auf der falschen Silbe. Das ist ein Problem des Wortakzentes. Du weißt, normalerweise betonen wir Wörter auf der ersten Silbe auf Deutsch. Also Monate etc. Und es gibt ein paar Ausnahmen von dieser Regel, aber es ist eine gute Faustregel. Und deswegen kannst du nicht Monate sagen. Zum Beispiel, ich lebe seit drei Monaten in Deutschland. Das geht nicht. Monate. Erst die Betonung liegt auf der ersten Silbe und das O ist lang und geschlossen. Es ist kein offener Vokal, kein O, nicht Monate, sondern Monate. Der zweite typische Fehler ist, dass viele meiner Schüler das Wort August falsch aussprechen. Und sie sagen August. Zum Beispiel, ich habe im August Geburtstag. Aber das klingt für uns Deutsche sehr komisch. Du musst das Wort hier auf der zweiten Silbe betonen. Also August. Du hast erst den Diftung, das kurze AU, und dann kommt das kurz und offene O. August, nicht August. Das ist ein klassischer Fehler, weil viele Schüler wahrscheinlich an das englische Wort August denken. Der dritte typische Fehler ist, das Wort Verantwortung falsch auszusprechen. Denn, höre genau hin, höre, wo die Betonung liegt. Verantwortung. Das heißt, das fair, das ist ein unbetontes Präfix. Verstehen. Verraten. Vergessen. Nachdem ein Glutalschlag kommt, also der Knacklaut. Diese Mini-Pause, die du oft auf Deutsch hast in verschiedenen Stellen. Das heißt, ein klassischer Aussprachefehler ist hier, das Präfix mit dem Rest des Wortes zu verbinden. Und zum Beispiel Verantwortung zu sagen. Also Verantwortung, statt dieser Mini-Pause. Verantwortung. Und das fair wird auch reduziert, also sehr stark reduziert. Und es ist mehr wie ein fa, 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 also fa. Verantwortung. Der vierte häufige Fehler ist, das Wort Leben falsch auszusprechen. Denn viele meiner Schüler, die zum Beispiel aus Osteuropa kommen oder auch aus Englisch sprechen, machen aus dem langen, geschlossenen E, wo sich die Zunge nicht bewegt, die Zunge bleibt in der gleichen Position, also weit oben. Das ist ein geschlossener Vokal. Aus diesem Vokal machen sie einen Diftung, indem sie ein I am Ende sagen. Sie sagen also Leben, Leben oder auch Sehen statt Sehen. Also bewege die Zunge nicht, wenn du das lange, geschlossene E sprichst auf Deutsch. Mach keinen Diftung daraus. Das E-I existiert auf Deutsch nicht, anders als auf Englisch. Sag also Leben und bewege die Zunge nicht. Du kannst auch den Finger auf die Zunge legen, um so zu verhindern, dass du in dieses I gehst, in diese Zungenposition, in die Position des I. Der fünfte häufige Aussprachefehler ist, dass viele Schüler das Wort Regeln falsch aussprechen. Sie sagen zum Beispiel Reglen. Reglen. Dieses Wort existiert aber in dieser Form nicht. Nicht Reglen sagen, sondern Regeln. Also vielleicht irritiert es dich, dass hier kein Vokal steht. Also der Klang ist wirklich Glin. Glin. Du hast ja so kein Vokal zwischen dem G und dem L. Glin. Das kommt dir vielleicht komisch vor, aber es ist auf Deutsch normal. Zum Beispiel auch in den Namen Hegel. Gll. Gll. Nicht Hegel. Genau. Also Regeln. Das waren die fünf typischen Aussprachefehler, die ich sehr oft höre. Ich habe einen Kurs für dich. Einen gratis Minikurs mit allen Phonemen, allen 61 Klängen, die du lernen musst, um perfektes Deutsch zu sprechen. Du findest den Link unten in meiner Beschreibung, meines Profils. Hol ihn dir, um wirklich alle Phoneme zu lernen. Denn das ist die Grundlage, um perfektes Deutsch zu sprechen. Und der Kurs ist gratis für dich. Vielen Dank, dass du dieses Video angeschaut hast. Abonniere den Kanal. Gib mir auch einen Daumen nach oben, bitte. Und ich habe eine Frage für dich. Welchen dieser Fehler hast du schon gemacht? Oder welcher dieser Fehler kommt dir bekannt vor? Schreib es in die Kommentare, bitte. Bis bald. Dein Aussprache-Experte Simon. 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 Dein Aussprache-Experte Simon.